Ich möchte euch in diesem Video zeigen, ein super tolles Küchengerät, das ich gekauft habe. Das ist die Bedienungseinleitung. So sieht er aus, ich werde jetzt diese drei Teile kurz waschen, mit heißem Wasser, und dann werde ich euch zeigen, wie man ein bisschen Gemüsesaft macht, oder ob man sagt, wie funktioniert mit diesem Gerät. Das wird super gut zerkleinert oder püriert sogar. So, ich wollte euch nur sagen, dieses Messer ist sehr scharf, müsst ihr sehr vorsichtig sein, nur unter dem Wasser spülen, oder mit einer Bürste, und niemals mit der Hand dieses Messer waschen. Ich habe ihn jetzt gewaschen, am besten mit heißem Wasser, man kann auch mit wenig Spüle und heißem Wasser, aber es ist genug, auch mit heißem Wasser die ganze, nur die drei Teile waschen. Und die, niemals im Wasser oder immer aufpassen, damit kein Wasser hier beim Motor, kein Tropfen Wasser darf überhaupt nicht reinkommen. So, jetzt werden wir die Gurke und die Tomaten richtig gut gewaschen. So, jetzt werden wir die Gurke und die Tomaten richtig gut gewaschen. Wir haben jetzt unsere super leckere und gesunde Tomaten-Gurkensaft. So, ich werde ihn wieder waschen und zeige ich einen Apfel und eine Banane, wie man püriert oder zerkleinert. Äpfel kann man eine Sekunde zerkleinern, für Apfelkuchen oder einfach für Ropsalat. Fertig, er ist schon super zerkleinert, 5 Sekunden, für Apfelkuchen oder Ropsalat ist perfekt. Wenn man ihn noch kleiner machen will, dann kann man noch mehr, einfach zerkleinert. Ich wünsche euch viel Spaß zum Nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.